Das ist eine Mensa des Studentenwerks Schleswig-Holstein. Und das ist Klaas. Hallo Klaas. Klaas hat Hunger. Da ist er hier richtig. Erstmal rein in die gute Stube. Ihm fällt gleich dieser kleine Kasten an der Wand auf. Was ist das? Oh, guck mal. Hier gibt es verschiedene Bezahlmöglichkeiten. Wie machen das eigentlich andere? Dieser Mann bezahlt seinen Kaffee mit einer Karte. Schon wieder so ein weißer Kasten. Oh, nicht die Karte vergessen. Halt, stopp. Klaas hat doch auch so eine Karte. Da ist sie. Yeah. Die Karten gibt es in unterschiedlichen Formen und Farben. Klingt komisch, ist aber so. Doch hat Klaas überhaupt Geld auf seiner Karte? Oh nein. Das will Klaas jetzt ändern. Dafür gibt es diese Automaten. Karte reinstecken. Betrag auswählen. Geldkarte auflegen. Zahlung erfolgt. Wundert euch nicht, diese Automaten können auch anders aussehen. Das funktioniert aber auch mit Bargeld. Karte reinstecken. Den 20 Euro Schein von Oma in den Automat. Bestätigen. Fertig. Endlich kann es losgehen. Doch was wird Klaas sich aussuchen? Da Klaas heute nicht mit den Händen ist, benötigt er natürlich ein Tablett und ein bisschen Besteck. Zur Auswahl gibt es viel zu trinken, ganz viel zu naschen. Doch beim Salat fällt Klaas was auf. Warum gibt es drei Preise? Der erste Preis gilt für Studierende, der zweite für Hochschulangehörige und der dritte für Externe. Klaas entscheidet sich heute für einen kleinen Salat. Vorbei an der riesigen Salatbar mit einer unglaublichen Auswahl steuert er zielsicher auf die Pizza zu. Jetzt wird spannend. Klaas bezahlt mit seiner Karte. Ob das klappt? Ja! The Sky is the Limit. Auch für Klaas. Deswegen möchte er von ganz oben ein bisschen gucken. Philipp ist auch da. Moin. Aber der hat einen Apfel dabei. Der kauft hier gar nichts. Aber Klaas weiß, natürlich kann man in der Mensa auch sein eigenes Essen essen. Buh. Der Magen ist voll. Das war eine 10 von 10. Gestärkt geht's weiter. Halt, stopp. Klaas, nimm bitte deinen Teller und Besteck mit. An der Geschirrückgabe entdeckt er was. Aha. Teller nach links. Besteck rechts daneben. Und keine Sachen liegen lassen, die da nicht hingehören. Den Teller aufs Band legen. Und tschüss, Teller. Das war ein herrlicher Schmackofatz. In der Mensa. Guten Appetit.